Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ein ganz klein bisschen anderes Video für euch. Das FTC, das heißt das Federal Trade Commission Department, hat jetzt den letzten Tag am 29. Juni mit der Gerichtsverhandlung zwischen Microsoft, Activision, Sony und allen Randparteien gehabt. Und da ist einiges zur Sprache gekommen. Das neue Call of Duty wurde geleakt. Die Richterin, die da den Vorsitz hat, hat ein Star Wars Game, wie hat sie es genannt? Es war wortwörtlich ja dieses Star, da hat sie so gestottert und dann Game und dann ja das mit den Aliens halt. Also ein paar witzige Sachen sind dabei irgendwie so rausgekommen. Die hat halt offensichtlich nicht so viel Ahnung von Gaming, wie wir das jetzt vielleicht alle haben. Aber es geht ja immer noch darum, ob Microsoft tatsächlich für kolportierte ca. 70, 72 Milliarden Dollar, Activision, Activision Blizzard, Call of Duty vor allen Dingen, all diese Games den Publisher kaufen darf oder nicht. Und es gibt ja im Prinzip zwei Seiten. Einmal gibt es Microsoft, die mit allem, was sie aufgefahren haben, bisher sagen, ja, also im Prinzip, man muss es sich wirklich so vorstellen, denn Microsoft sagt die ganze Zeit, ja, der Deal, der ist jetzt, ja, der kostet halt ein bisschen viel, aber Leute, das ist ja alles gar nicht so schlimm und Sony darf doch weiter Call of Duty auf ihrer Plattform zeigen und ja, ob wir jetzt damit Geld verdienen, wissen wir gar nicht. Und Sony sagt die ganze Zeit, die seit Jahren exklusive Rechte haben, muss man dazu sagen, die seit Jahren das haben, was sie Microsoft verwehren wollen, Sony sagt, ja, wenn Microsoft Activision und Call of Duty kauft, dann können wir dicht machen. Also dann wird Sony pleite gehen, dann wird die Welt untergehen, das ist ja alles unfair. Das sind im Prinzip diese zwei Seiten, die wir aktuell haben. Und das FTC ist im Prinzip in Amerika dafür verantwortlich, dass es größere Deals, die Einfluss auf Consumer haben, also auf Kunden haben, auf die Wirtschaft haben, genauer anschauen, bewerten und dann eben ihr Okay geben oder einschreiten. Und man muss dazu bedenken, so ein Fall. Es geht hier um 72 Milliarden Dollar, den löst man nicht mit einem Rechtsanwalt innerhalb von einer Woche. Und das ist, also das, was da an Vorarbeit geleistet werden musste, ist geisteskrank. Und bei dem FTC vorgesprochen haben Verantwortliche von Sony, Verantwortliche von Activision, von Microsoft, es sind E-Mails von Microsoft als Beweis dargelegt worden, es sind E-Mails von Sony als Beweis dargelegt worden, Bobby Kotick wurde angehört, Chef von Activision. Alles Mögliche und das Ganze nimmt jetzt sozusagen seine Endzüge und wird jetzt auf eine Entscheidung demnächst hinauslaufen, weil die Richterin als Schlussperiode gesagt hat, das und das muss noch nachgereicht werden. Wir werden so schnell wie möglich eine Entscheidung treffen, weil wir wissen, dass es wichtig ist. Damit man wirklich gut nachvollziehen kann, was eigentlich das Ziel der Parteien ist, muss man sich so ein bisschen auf die Basics beschränken. Microsoft wird nicht 72 Milliarden oder 70 Milliarden Dollar ausgeben, in der Hoffnung, vielleicht mal einen Dollar damit wieder zu verdienen, sondern der ganz klare Plan, und das wurde auch beim FTC, bei der Richterin, und das sind ja mehrere Richter, die damit vorstehen, ganz klar gesagt, der Plan ist, Call of Duty in den Game Pass zu inkludieren eigentlich. Was bedeutet? Alle Call of Tuties. Dafür, wo ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte jetzt Bock, Manga zu spielen, dann zahlt ihr immer noch 60 Euro dafür oder 50, was es kostet. Wenn ihr Black Ops 2 kaufen wollen würdet für eine Konsole, müsstet ihr immer noch 60 Euro zahlen. All diese Games würden auch jedes Jahr umsonst sozusagen im Game Pass inkludiert werden. Der Xbox Game Pass ist nichts anderes als das, was wir bei Playstation haben, mit Playstation Plus und Playstation Essential und wie sie es jetzt nennen. Ihr zahlt also entweder monatlich oder einmal jährlich eine gewisse Gebühr, keine Ahnung, 60, 70, 80, 90 Euro, und habt dafür dann hunderte Xbox Games einfach for free. Und Sony sagt natürlich, Leute, wenn das passiert, bedeutet das, dass viele Leute, die halt eine Sony Playstation kaufen für Call of Duty, wegen frühere Beta oder mehr XP oder weil sie eben da exklusive Deals mitbekommen und deswegen eher Sony kaufen als Xbox, unabhängig davon, welche Konsole besser ist, sind relativ ähnlich, finde ich, und sagen natürlich, ey, das geht nicht, wir werden vom Markt gedrängt und Microsoft hat dann ein Alleinstellungsmerkmal. Microsoft sagt natürlich, ja Moment, wir bieten Sony ja an und sie haben Sony ein Deal angeboten, dass für die nächsten 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre Call of Duty weiterhin auch auf der Playstation erscheinen darf, aber keinen unendlichen Deal, was natürlich bedeutet, Microsoft hätte die Macht zu sagen, nein, Call of Duty wird ab sofort nur noch auf dem PC, auf der Xbox spielbar sein, auf der Playstation gar nicht mehr. Und natürlich ist das ein Konzern, den Sony hat, weil da geht es um sehr, sehr viel Geld. Eine dieser Daten, die hier Charlie Inter hat, das kann ich, werde ich euch verlinken, wunderbar in dem ganzen Freed nochmal zusammengepasst, was passiert ist, wer was gesagt hat. Eine der wichtigsten Aussagen, die für uns eigentlich mal zum Verständnis wichtig waren, sind, und das FTC hat ja, das Federal Trade Commission hat ja unfassbar viele Daten erhoben, Hochrechnungen gemacht, also ein unglaublicher Aufwand. Und eins davon war, dass im letzten Jahr, also 2022, eine Million Playstation-Nutzer nur ein einziges Game auf der Playstation gespielt haben. Nur ein einziges Game, nicht eine Sekunde, ein anderes, und das war Call of Duty. Das heißt, es gibt alleine eine Million Spieler, müsst ihr euch mal vorstellen, eine Million Spieler, die 400, 500, 300, je nachdem zu welchem Preis, Euro ausgegeben haben für eine Playstation, nur um Call of Duty zu spielen. Die haben nichts anderes gespielt, die haben kein Battlefield gespielt, die haben kein Fortnite gespielt, die haben kein Singleplayer-Game gespielt, die haben kein anderes Battle Royale gespielt auf der Playstation, die haben nur dieses eine einzige Game gespielt. Und an diese Spieler, die entweder nur Call of Duty spielen, oder die hauptsächlich Call of Duty spielen, möchte Microsoft natürlich ran. Und natürlich ist das ein Deal, der für Microsoft bedeuten würde, mehr Spieler würden sich eine Xbox kaufen, mehr Spieler würden den Game Pass kaufen, mehr Spieler würden die Playstation zur Seite legen. Das heißt, man stärkt sein eigenes Brand und schwächt die gegnerische Seite sozusagen. Und dann kommen halt auch solche Themen wie, Microsoft hat ja Bethesda schon übernommen, und dann hieß es ja damals, dass Bethesda-Game Microsoft oder Xbox Exclusive sein soll. Da hat Microsoft dann belegt, dass sie da ihre Meinung auch geändert haben, weil sie trotzdem allen Spielern alles immer noch anbieten wollten. Das heißt, jeder versucht natürlich seine Seite in diesem ganzen Drama auf die Seite zu stellen, dass das, was man selber vorhat, der bessere Weg ist für alle Gamer. Und man muss dazu sagen, würde Microsoft Call of Duty von der Playstation komplett runternehmen, wäre das ein eigenes Verlustgeschäft. Denn wenn sie Sony erlauben, Call of Duty auf der Playstation zu zeigen, bekommt Microsoft dafür natürlich eine Menge Geld. Wenn sie die gesamten Spieler, die halt auf der Playstation auch bleiben würden, die wegen Call of Duty nicht die Konsole wechseln oder auf dem PC wechseln, einfach links liegen lassen, würde Microsoft natürlich unglaubliche Umsatzeinbußen haben. Nichtsdestotrotz, Sony will bis heute alles daran setzen, dass dieser Deal nicht gemacht wird. Wobei man fairerweise sagen muss, Sony hätte ja selber einen Deal machen können. Sie hätten ja selber Geld für Activision bieten können. Sie haben es nicht gemacht. Und dazu ist es halt dann gekommen, dass dieser Richter, weil er ja vertrauliche Infos hatte und das hier öffentlich anhörbar war, und ihr seht es ja hier, Dinge ausgeplaudert hat, die er oder sie nicht hätte ausplaudern sollen. So zum Beispiel hat Microsoft errechnet, wenn Call of Duty Xbox PC exklusiv wäre, also nicht mehr auf der Sony Playstation, bräuchte man ab dem ersten Jahr, jedes Jahr, zwei Millionen mehr Nutzer für den Game Pass, damit sich das auf lange Frist tatsächlich rentiert. zwei Millionen Nutzer mehr. Das ist eine unglaubliche Zahl, die man nicht einfach nur mit einem Game natürlich erreichen kann. Allein die Leute, die nur Call of Duty spielen, sind ja eine Million auf der Playstation. Davon kriegt man natürlich nicht eine Million automatisch rübergezogen. Bei diesem ganzen Chaos hat die Richterin dann tatsächlich auch aus den internen Dokumenten von Activision aus Versehen vorgelesen, dass der Release von Modern Warfare 3 von Sledge & My Games am 10. November dieses Jahr sein wird. Also indirekte Bestätigung für das, was die Leaks schon gesagt haben. Sie hat sich dann dafür entschuldigt, aber das Ganze wurde halt schon gehört, deswegen hat man es auch nicht mehr rausgenommen, das wusste dann eh jeder zu dem Zeitpunkt. Und aus allen Berechnungen, die da irgendwie hervorgegangen sind, sieht es nun mal so aus, dass Microsoft und das FTC ermittelt haben, dass ca. 20% aller Playstation-Käufer, Playstation-User, mit dem Zeitpunkt der Übernahme innerhalb von 6 Monaten zu Microsoft und zu Xbox wechseln würden. 20% würde bedeuten, dass es Jahrzehnte bräuchte, damit dieser Deal wirtschaftlich für Microsoft mit Gewinn tatsächlich wieder ausgeht, unabhängig jetzt davon, was da alles in der Zwischenzeit noch kommt. Sony fürchtet natürlich um die Vormachtstellung, die man auf dem Markt einfach hat. Sony ist der Big Dog sozusagen und Sony wird bis zum letzten Punkt versuchen, das Ganze irgendwie nicht zu erlauben. Aber um das irgendwie final zusammenzufassen, wenn ich meine Vermutung abgeben müsste, Microsoft wird diesen Deal durchbekommen. Activision wird, und das ist der feste Plan, innerhalb Microsoft sozusagen einen eigenen Kernbereich haben. Microsoft wird das Ganze übersehen. Ich glaube aber nicht, dass sich vieles an der Art und Weise, wie Call of Duty gemacht wird, mit den ganzen Problemen, großartig ändern wird. Denn Activision wird relativ alleinstehend weiter für Call of Duty, für World of Warcraft und, und, und verantwortlich sein. Microsoft wird einfach nur sehr, sehr viel Geld dabei verdienen. Ich finde es, ein kleines Schlusswort von mir, und ihr könnt gerne eure Kommentare da lassen, auch ein Like und ein Abo, Leute. War ein bisschen anderes Video diesmal, aber ich finde es halt super interessant für uns Spieler alle. Ich finde es halt lächerlich von Sony, dass man Microsoft vorwirft, dass da exklusive Rechte eingekauft werden, wenn Sony diejenigen sind, die inklusive diesem Jahr seit Jahren einen Deal hat für eine Beta, die früher stattfindet, für mehr XP das ganze Jahr, für Bundles umsonst, während Microsoft das nicht hat. Also Sony stellt sich hier irgendwie als der gute Riese dar, während Sony tatsächlich das Unternehmen ist, was diese Exklusiv-Deals für viel Geld seit Jahren einkauft. Also, ja, Advocats Devil sagt man in den USA zu sowas. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen da mitgenommen. Ich werde hier in das Video unten einen Kommentar schreiben, wenn es einen kompletten Richterspruch gibt, wenn es da ein komplettes Finale gibt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin aber der Meinung, dass wir Spieler von egal was da passiert, am Ende nur gewinnen können.